Heute wieder zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TNT mit Dalu, Alams, Juli, Kabuzi, Kundri, Maru, Nilsi und Payni. Hi. Hallo. Und ich bin Balu. Hallo. Payni. Aua. Was haben wir so passiert? Moment, das ist mein Büro. Das ist mein Büro. Ich möchte das doch nur ganz kurz zweckentfremden. Darf ich nicht? Zweckentfremden. Es soll dich auch nicht... Guck mal hier. Ja. Guck mal. Es soll dich... Hier, guck mal. Oh, ja dann. Ja, dann holen sie ihm rein, ich feuer ihn. Ja, ich mach das. Möchten sie eine Mikrowelle? Möchte jemand eine Mikrowelle kaufen? Baluim, Baluim, der Boss möchte mit dir sprechen. Was, was, warum? Der Boss will mit dir sprechen. Da drin, rein. Der Boss will mit dir sprechen. Das bringt ihr jetzt gekauft, nennt. Ich hab was gehört. Ahahaha, er hat auf den Boss geschossen. Er hat auf den Boss geschossen. Ja, weil ich das bekommen hab. Wie? Das sag ich dir nicht, sonst hättest du denjenigen. Firmenzuwendung hab ich mal gehört. Okay, dann können wir Items auch so töten. Er muss es nicht sagen, ich weiß, dass es war. Warum? Es war nicht Items. Jetzt hat er auch noch Items Namen gesagt. Ja, ich glaube, es war... Ich bin in der Ecke gestorben, schnell konfirm. Ich prügel die Scheiße euch raus. Oh, da ist ein Prügel. Oh, da ist ein Prügel. Ihr weißt das aus. Warum ist der Dalu? Aber was ist da passiert? Ja, was ist Dalu gestorben? Das ist auf jeden Fall der Fall jetzt gelöst. Ja, Kapuze muss weg. Warum? Warum hast du das gemacht? Du hast den Stringer. Ja, aber das hab ich doch schon gesagt. Aber wenn Dalu weg ist, dann haben wir endlich mal ne ruhige Runde, ey. Da müssen wir gar nicht so viel Angst haben. Was war denn das für eine Taktion, Dalu? Ey, der wäre gegen Headshot. Gegen Headshot? Und? Oh Mann, oh Mann, ey. Nein. Nein, du bist es. Pain ist es? Nein. Ich glaube auch Pain ist es. Ich hab's gewusst, ja. Siehste, ja. Wer Angst hat, der rennt. Blauli hat einen Unfall gehabt. Wir brauchen ein Medkit für ihn. Was ist da passiert schon wieder? Keine Ahnung. Stopp. 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 Wer hatte denn jetzt den Unfall mit ihm? Alle bleiben jetzt mal ruhig. Hallo? Oh nein, Juli hat auch einen Unfall. Oh Gott. Ich glaube, um Items passieren viele Unfälle. So, Maurus, ist es, oder? Bestimmt. Äh, Ma... Was machst du denn? Dalu, was war das? Klar. Ich hab wirklich gedacht, du brichst, also die Riesen. Wie brichst du? Ich hab wirklich gedacht, was... Ehrlich, in der Situation hatte ich das gedacht. Nee, wie ist... Ich hab gesagt... Ich hab gesagt, ich bin in der Ecke gestorben. Hab mich in... Im Smog, den Buben an die gelegt. Und bin durch die Tür. Hey, ich hatte in dem Fall... Also nicht als negativ oder so gesehen, sondern wirklich so... Ich hab einen... Okay, hab ich jetzt zu vielen RP zu... Okay, jetzt war jemand die Idee hier. War das los? Das ist ja... Ist ja schon... Oh, nimm mal Lui nicht, ich höre sie. Lui, hast du gerade... Ich bin nicht mal... Dann wäre er ja hier in dem Raum. Kapuso hast du gesehen, wo ich rausgekommen bin, oder? Nö. Wie nö, was ist das für den Arsch, Anna? Was ist denn jetzt los? Messer in den Rücken, ey. Hier ist kein... Nö. Nein, dann nicht. Aber nö. Äh... Wo kommt ihr denn her? Halt! Stopp! Halt! Halt, stopp! Ah! Da wer hat denn erster gerade geschnitten. Achtung! Ähm... Da ist ja... Moment! Das werde ich zu verhindern. Moment, das war... Ja, du? War das nicht. Er hat einen Bösen getötet. War das nicht. Das ist vollkommen in Ordnung, er hat einen Bösen getötet. Ich hab... Da kommt... Da kommt auch noch eine Hapune rein. Yo! Da wird... Nimm's wohl schick. Da wird eigentlich... Kurz hier ging daneben. Ein Kristall wurde zerstört hier hin. Nein! Nein! Nein, nein, nein! Gehen hier ab. Da... Wo kommst du auf einmal her? Ich war schon immer hier. So, da kommen wir noch mal... Warum sind hier? Ja. Hötet euch mal bitte. Was? Nein. Ne. Doch. Was macht ihr mit den ganzen... Wer ist es denn jetzt? Und was macht ihr mit den ganzen Leichen? Oh, das hat weh. Oh, das hat weh. Oh! Ja, es hat meinen Fußnagel getroffen. Ah, das war vorhin gar nicht... Das ähm... Es leben noch drei Leute. Juli und Kundran. Ihr könntest duulieren. Ja, ich hab bei Luis gerade gesagt. Ist es Kundran, oder wie? Einer davon beliebt gerade andere Leute wieder. Nein. Es gibt ein... Also ist Kundran. Es gibt auch keinen Tee auf jeden Fall. Nein. Ey, stopp. Nicht rein. Jetzt liegt noch keiner wieder. Nicht rein. Nicht rein. Ja, komm dran. Ich bin hinten übrigens, wo dieser Alarm ist. Wow. Ist unverbrechend. Aua! Es sind immer noch drei Leute. Es gibt auf jeden Fall einen Jackal noch. In so einem Zeitkrieg. Aber wer ist denn der andere Punkt? Ja, wer die Punkte sind, das weiß man nicht. Das muss doch dann... Juli, du bist Nico, oder? Nee. Ah, nee. Wenn der Jackal gibt, dann... Ja, ich komm jetzt einfach raus. Ja, kommen sie doch mal. Nicht die Tür aufmachen, Juli, da ist ein Dorbaster dran. Okay, danke. Da macht sie die Tür wieder zu. Oh nein! Wo macht sie jetzt auch noch auf so dumm? Wo bist du? Wait! Okay. Achso, du hast... Okay. Jetzt check ich's. Ja, das war aber nicht so geplant. Ich wollte es dann noch wiederbeleben. Ich musste nur noch einen Credit kriegen. Ja! Ja, alles easy. Ich hab noch verzweifelt versucht, dich irgendwie mitzureißen. Das ist so richtig gewesen. Das war noch Glück. Ey, der Abrundkillwagen. Genial. Die war echt gut und die wiederkommt. Die war so lustig. Die John Cena-Bomb war auch gut. Hattest du einen PhD, Juli? Ich hatte nicht. Nee, das war Nils mit den vielen Titeln. Die verdreht knall ich ab. Sofort. Nein, nein. Er ist tot. Wer traut sich da rein? Oh, da haben wir aber schon lange nicht mehr. Wollen wir ihn jetzt nicht wieder beschweren. Okay, Adams. Da sind wir schon wieder. Geht ich auf. Nein, weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Wieso beide aufgeschreckt in die Ecken rennen? Hallo, ich bin Katze. Nein, ich muss mit der Kapuze. Aua, Kapuze. Das tat weh. Ich war ungefähr so verrückt. Ey, hier ist geschlossene Gesellschaft. Hier sind ein paar Tote drin. Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Ja, okay. Wenn noch nicht, dann ist einer von euch Jackal. Zurück. Jetzt gehen sie alle raus, als ob nichts passiert sei. Genau. Ich habe jetzt hier einen Stuhl dabei. Und Pain auch. Ja, ich meine mich auch noch im Raum. Sehen. Ey. Das sollte aber nicht so sein. Hi. Kein Computer. Wo sag ich, Baloui? Ich bin hier. Warum? Warum spinnt das Regal hier so rum? Wenn Aua, ey! Was möchtest du mir denn gegen den Top werfen? Ey, war Pain. Was war das? Was war es mal? Ja, Pain hat den Plasma-Eiskal geworfen auf Baloui. Ja, das macht er halt immer. Können wir ihn einfach mal umbringen dafür? Ich schmeiß immer extra so, dass das auch nicht trifft. Ja, das war überhaupt nicht planbar, was du gemacht hast. Ja, die bist du böse oder bist du fein? Budi, dürfen wir Pain in eine Paloui dran bringen? Binst du gleich raus? Äh, nee. Ich würde dir raten, den Kopf zu treffen. Ich versuche Paloui umzubringen. Nee, dürfte nicht. Ich brauche mehr Beweise. Aber es ist Pain. Guck mal. Wow. Budi, es ist Pain. Ich bin gefährlich. Da ist eine coole Super- Aua. Also, jetzt ist Juli. Hä? Juli leben nicht mehr all zu viele. Also ist es da, du. Nein, ich habe Nils gekillt. Ja, dann bist du weg. Ah, wo ist es? ach der ist der letzte das war wieder ja ich konnte aber der zug war ich hoffe das war okay aber blind reingeschossen ich stehe neben ihm sehen wie der zug abfeuert ich so das ist eine coole superkraft er dreht sich um überlegt drei sekunden fängt an auf mich zu schießen ich war die ganze zeit schon alle fast tot weißt du da muss ich dich ja auch noch umsehen nein nein hätte ich nicht leben lassen sollen ich bin der letzte der sich da beschwert das mache ich oft genug mit dalu auf einmal ins gesicht zu schießen das war kein nachkampfzug stand am anderen ende der tür und habe blind geschossen dann wird es hier erschossen worden ich glaube ich da nicht rein ich lauf weg lässt mich doch mal weg hier mal platz da mehr platz mehr platz in der linken ecke und nein da leute umgebracht da kommen noch eine leiche angeflogen deutlich mit der goldene die Du wolltest doch da noch abknallen, oder? Ja, aber die Goldenen Diegel ist schon zu unsicher. Ja, natürlich. Hast du alles richtig gemacht. Aber du wolltest abdrecken, oder Nils? Nein, wollte ich nicht. Mit der Goldenen Diegel muss man Kopfschuss machen, oder nicht? Nee, du musst nur treffen. Aber das heißt, ich könnte auch ins Bein schießen und derjenige würde nicht sterben. Doch, würde. Ja, wenn er das gegnerische Teil wäre. Aber wenn er positiv wäre, würde er nur schaden können. Dann machst du dir keine Sorgen mehr, was der an Schaden kriegt. Dann bist du tot. Oh. Das ist aber eine dumme Waffe. Ne Goldenen Diegel tötet nur den Traitor, wenn du ihn triffst. One-Hit. Wieso ist Kapuze jetzt wieder im Voice? Hä? Wieso ist Kapuze? Das ist sehr, sehr hell alles. Ich bin blind. Wie bin ich ins Klo gekommen? Kapuze? Was hast du mit mir gemacht? Wer hat denn? Wer hat denn immer Chaos? Ich nett heute. Was war das? Oh, jetzt weiß ich, was es war. Nils, Nils, Nils. Nein, Kapuze. Ich würde eher Payne sagen. War ich nicht? Doch. Ich weiß auch gar keinen Fall. Das war Payne. Nein, war ich nicht. Hey, ich wurde da nicht fest. War jetzt jemand tot? Haru. Haru. Wo ist es? Wo ist es? Hilf mir. Nils ist es nicht. Ah, da waren sie alle. Oh, immer noch. Denk mir doch mal. Mal. Maru ist tot und Nils ist der andere. Ich komme mir nicht zu nah. Ja. Hallo? Was machst du denn da schon wieder? Uff. Dich fertig, Mann. Oh, schön 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 schön. War es Nils jetzt oder nicht? Nein. Weil du bist so, du hast nichts gesagt und die Kratate flog. Hey, das war deine, oder? Nein. Wer hat sich überholt? Weiß ich nicht. Maru. War meine Holi. Ich habe auch nicht auf dich geschossen. Also meine war es nicht. Mich callen ist schon ein Todesurteil für mich, ja. Nein. Hast du dir verdient? Ich habe nicht geschossen. Ich stand genau hinter dir. Juli, sag doch auch mal was. Äh. Nein. Das kann doch nicht Butter sein. Okay Juli, richtig gutes Versteck. Ja, eben weil Payne sich versteckt hat, dachte ich, die war von ihm. Nee, ich wollte einfach vor dir weglaufen. Weil ich ja auch nicht wusste, wo die war. Die ist schon explodiert. Oh Gott. Ey, wer macht denn immer Chaos? Mama Frosty Chaos. Das hat Gehalt, ey. Frozen Throne, hier. Payne. Hm? Ich bin der Chaos. Und du bist jetzt tot. Warum hat Kapuze so einen Arsch? Warum hat Kapuze so einen Arsch? Nils, go. Kapuze, du hast jetzt so einen Hall. Mit Stühlen. Und werft zurück. Penis tot. Was? Nein, was hast du dann gefragt? Warum hast du ihn erschossen? Nein, das war Nils. Von hinten in den Kopf. Hast du jetzt den Robo? Aus einem Meter entfernt. Warum weißt du das? Ich habe es gesehen. Ich glaube, Nils hat die verarscht. Und Nils hat sich gerade. Nils müsste nämlich low sein, weil ich ihn angeschossen habe. Ich glaube, Adam's ist er auch. Ich bin fein. Und wenn Nils voller abwehrt, dann hat er auch einen Job. Wo ist es? Der ist bei dir, glaube ich. Kapuze, du bist der einzige, dem man trauen kann. Ah, dumme. Eigentlich nicht. Er hat geholfen, dass Nils wen umbringen kann. Da ist es nicht. Hier ist nichts. In dem hier. Ja, in dem Zusatzraum nach oben. Ich habe keine Ahnung im Treppenhaus auf jeden Fall. Wir sehen doch nichts, Mensch. Du blink und nicht schon im Weg. Ich glaube, er konnte nicht blinken. Wo ist er? In der Decke? Nein, er ist immer noch da. Na, du bist es auch. Ich mache es jetzt ganz einfach. Scheiße, jetzt oder Treppe. Da du was nicht. Da du nicht auf mich geschossen? War das Nils? Wahrscheinlich. Also es ist da du nicht. Nee. Was machst du da jetzt? Die vor euch verstecken. Es gibt doch zwei Böse und es gibt euch zwei. Plus unbekannt. Ja, bist du es einfach. ich frage mich warum du dich dann kann ich den leichen einschließen kann ich höchstens die kromancer sein das heißt aber noch zwei tors und das muss einer von euch weiter auf jeden fall sein warum kann musst du nekro sein ich kann höchstens die große vielleicht verstecken ich habe jetzt erschossen da du nicht nicht er hat oder der treffer versteckt mann die weiß wurde aber abgestochen ja ganz viel sogar sogar noch eins übrig doppel füllchen ganz viele habe ich noch übrig sogar ich glaube das läuft nicht so gut wenn ich das jetzt macht ein scheiß jetzt julie bist du böse ich habe gehört du bist lebt nur noch zwei mal wieder kapuze zeitig oder was wo jemand nachgeladen also du hast dich selbst gekillt kapuze ja aber dich nicht das ist ja das größte das war richtig super ich eisneife ihn er schießt noch die melde die lemon mit dem lemon launcher ich sterbe nicht mit neun habt ihr übrig und er stürmt das ist eigentlich gar nicht möglich eigentlich doch das hat in die falsche richtung geschossen du hast die lemon hat abgeflammelt leute 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 200 millionen schuss in sicht read leute 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 hott leute leute reborn Berlin hthal einfach aber wagung japan ja Ich hab auf Baloui geschossen, aber ich hab ihn nicht erwähnt. Baloui wollte nicht hier... Das war für ein Ding. Ist Baloui tot? Baloui hat das in meine Richtung. Ich war jetzt überhaupt nicht, dass ein Traitor getestet wurde. Ich hab nicht die Melodie. Alter, ist das... Ey, warte mal, die Melodie bekommst du doch nur als T, oder nicht? Baloui tot? Bekommt man die nur als T? Ich glaub, du bekommst die Melodie nur als T, wenn du getestet bist. Ja, du bekommst die nur als T, das ist das Run. Vielleicht auch die bekommen man generell. Ne, ne, als Inno ist ja egal, da musst du ja nicht rennen, ist ja gut. Ja, gut. Ich glaub, irgendwer ist doch tot. CUT! Oh. Ja. CUT. Shut up and take my money, Pain. Und Mauro übrigens. Nils, du hast nen Floodreflex, warum? Bip, 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 bip. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. 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 wszystkich noch einsetzen! Das ist ja krass. Er hat sich meine Identität gestohlen, ey. ehre richtig guter aussagen muss ich sagen jetzt muss ich mich entscheiden schlecht ganz schlecht in einem anderen raum gespawnt weil du ihn so nah an der wand wieder das ist gab uns im nebenraum es wäre so gut gewesen wenn er da rausgekommen ich war die ganze zeit ready du hast mich abgestochen ich hatte einen advanced disguiser ich hab keinen abgestochen ich hatte ein advanced disguiser aber einer namens da hat mich abgestochen ich hab dir aber rück geschossen also ich hatte auf jeden fall kein messer mit dem ich hab dir als zombie den rücken geschossen aber erstmal leute wenn es euch gefallen hat like und schreibt einen verweis und lasst's gut tschau oder 1 Bis zum nächsten Mal.